Jetzt ist die nächste Generation mit Robinson zum Beispiel jetzt auf Platz 2 und Wiener Fürst Holtmann ganz vorne. Lara Gut-Berami, die sechste, macht den ersten Durchgang, hat sechs Zehntel Vorsprung auf Holtmann. Es wird auch jetzt nicht mehr sonnig, ich schau mal raus, die Wolken bleiben da. Also kleiner Nachteil jetzt auch für die Läuferinnen, die jetzt auf die Strecke gehen müssen. Aber sie haben es nicht mehr klappt. Es gibt auch 56, 52, jawohl, wird sich ausführen, Lara Gut, 18 Hundertstel, rettet sie und geht in Führung. Sekunde.